Grüße Leutchens und wieder mal Far Cry 4 jetzt die vierten Episode. Hoi hoi hoi. So auf geht's zur Festung Pagamin. Also eigentlich wollten wir theoretisch Schumas Festung noch machen. Ist es ein Hilferuf, unser Außenposten wird angehe. Aaaaaah, Hilfe! Alle Mitglieder des goldenen Pfad in Reichweite, bitte melden! Das muss ich wirklich machen, ja. Da machen wir das. Wir können nämlich nix anderes machen bis wir das gemacht haben. Achso. Da ist alles verschwunden, wie du siehst. Ja gut, ja auf jeden Fall, wir wollten eigentlich Jumas Befestigung machen, aber Micha hat die leider schon geschwächt mit seinen ganzen Kampagnen-Missionen, die er schon gemacht hat. Das war übrigens die letzte Mission, die ich jetzt gemacht habe, die die geschwächt hat. Ja, cool, ne? Die ist scheiße. Herzlichen Glückwunsch. Naja, und da das dann einfach absolut keine Herausforderung mehr ist, wähle dir jetzt einfach die nächste aus. Kannst du mich retten? Ne, ich muss mich selbst nicht retten. Alles klar, sehr gut. Auf mich leiden fünf Leute. Wir sind echt kompetent, wir sind echt gut drauf. Wir sind echt fähig, ne, nicht mal das. Wird das Ding jetzt immer attackiert, ne, ne? Ich hoffe es einfach mal nicht, obwohl. Ne, ich hoffe es einfach mal nicht. Achso, der ist weitergerannt. Ich bin irgendwo mitten, doch irgendwo auf der Erde, ne? Wow, Alter. Dann mache ich dort ins Menü und auf einmal, wenn ich wieder aufwache, falle ich gerade irgendwo runter. Alter. Warum? Warum sie da permanent meinen, meinen Fallschirm aufmachen und deine Wing-Suit, Fallschirm, Wing-Suit, Fallschirm. Ich raff das gerade selber nicht mehr. Alter. Das war ein Schneeleopard. Komm, ich hol dir den mal. Ich habe einen Grafikfehler. Was? Ich hatte gerade irgendwie, ist eine komische Ghost-Waffe parallel in meiner anderen Waffe sitzen. Ja, komm mal her. Ist das noch Schnee? Ne, noch nicht die Bolzen aufnehmen. Okay, ich habe alles mehr. Ey, ich kann doch keine Bolzen mehr aufnehmen. Das ist doch voll. Achso. Oder ist ein Wolf. Okay, dann los. Hier, Blätter, brauchst du die? Welche Blätter? Grüne. Sonst nehme ich sie. Zu spät. Hä? Wollen wir es weiter? Ne, ich habe es nicht gekriegt. Okay. Weil wir kamen kein Pop-Up. Wow. Alter. Hast du den auf den gesch... Oh, du bist ein Kunde, mein. Das war einfach ein Flexschuss. Da ist was alles so ein Büsch gesprungen. Ach, Mann, wir müssen nicht mal zusammenreißen. Ja, genau, ich lasse ihn erst mal töten, ne? Ich lasse ihn mich erst mal töten und dann... Oh, da vorne geht es irgendwie ab. Hat er mich gesehen, oder? Ich weiß nicht, warum der geschossen hat. Eigentlich... Fass, dass er hat es nicht geschafft. Hast du den Fall jetzt aufgenommen, du Arsch? Ich war sicher, dass ich sterbe. Ich will den wieder haben. Ich will den wieder haben. Gib mir den scheiß Fall. Ich habe nur 50. Also 49 habe ich jetzt auch noch. Ja, warte mal. Wie mache ich das mit teilen? Kann ich nicht. Nee, du sollst den Pfeil bitte in das Auto schießen, damit ich den wieder aufnehmen kann. Du bist ein Kunde. Du bist ein solcher Idiot. Macht mich das jetzt für einen schlechten Menschen. Ja. Nee. Ich habe keine Karma-Punkte-Abzug bekommen. Ja, Karma-Punkte, das ist doch alles effektiv. Vor allem, ich habe so einen Bonus, ne? Karma-Bonus. Ein Karma-Bonus plus tausend. Ja, ich habe das voll aufgelabelt. Ich kriege also jetzt wirklich... Warte mal. Wieso kriege ich? Nein, ich soll vielleicht nicht jetzt nachgucken, ne? Wenn du in der Nähe von Rajgat bist, sei vorsichtig. Solange Pagan lebt, ist diese Festung so gut wie uneinnehmbar. Ähm, das wollen wir ja mal rausfinden, ne? Das wollen wir jetzt mal... Das wollen wir jetzt mal... ...testen. Rajgat. Rajgat... Ratschgat... Ratschgat. gulasch ich ja man erkennt die min also alarmiert sind sie schon mal jetzt das ist ja na ja die die kommen wieder runter ich siehst du hier min ja manchmal hier gerade nicht aber ich zeigte keine man muss seine augen da ziemlich offen halten ich habe doch nicht mal den satz welch diese latscht jetzt sage ich bescheid da du musst ja nur ein bisschen bisschen die augen aufmachen wollen also das ist die sieht man nämlich ja nicht von der mauer als die letzten stand ich mal auf der mauer oben und hab da rum geschaut habe ich dir dann mal gesehen das ist halt wie jemand die selber legen kann so in etwa oder von mir kommt der erste gerannt hat mich fast gesehen also sehr sehr schlaue leute erstellt was egal welche leute er einstellt ist nicht besonders geil du machst dir draußen aber da und da kommen die rausgerannt alle also ich bin jetzt schon mal in der festung drin vor allem wie ist der durch die jetzt schon wieder echte aber du darfst dich bitte nicht entdecken lassen aber wir wollen es bitte mal unentdeckt versuchen also gibt immer mühe ich würde jetzt zum beispiel nicht mehr dort bleiben bist du da hoch gekommen ich bin ja am rand auf dem felsen bin ich hoffentlich da dort hier was natürlich geht so hier nehme ich aber jetzt einmal eine spritze natürlich die sniper gucken gefällig in unsere richtung also ich habe angst also wenn du ein sniper hast dann würde ich da würde ich mit dir gemeinsam die ausschalten aber aber ich habe nur einen lauten sniper ok dann sind wir weg das ist auch geil wie die dann umfallen aber was sind das für ein sniper gewesen das ist dieser predator das ist die besondere waffe was also der gemeldete x700 ist da gibt es noch krassere diese h irgendwas keine ahnung ich finde die einzel schuss sniper viel irgendwie geiler das sind alles einzel schuss sniper ach so nicht mehr wie in der drei mit magazin die entdeckt mich auch scheiße hat mich ich darf sowieso gleich scheiße ich weiß ja sehr maschentraut zauern ich bin ich bin bin sicherheit keine sorge hä wie bist du da durchgerannt die tür ist doch zu hä die ist noch nicht zu also ich kann doch wieder mal sagen ich weiß nicht was du siehst mich aber wo ist denn die an der tür zu die ist doch offen die ist doch gesprengt also was die ist zu bei dir also ich habe schon gesagt ich weiß nicht was du siehst aber was die tür ist zu bei dir sometimes würde ich mal sagen alter fuck bei mir ist da gar nichts auf dem dauer habe ich mich schon gewundert wie dieser k.i.typ lauf nochmal durch tatsächlich kann ich da auch durchlaufen boah ich bin draufgegangen ich auch na gut egal war nur gut so ne war nur gut so jetzt wäre das jetzt nochmal jemand sollte weggerannt werden und dann wieder hin und dann hättest du womöglich nicht Goldennutze das wäre auch scheiße gewesen auf jeden fall hat mal Alarm ausgelöst ne ganz fett ja da haben wir ja ja jetzt ist die tür aufgesprengt der Vogel der Vogel der Vogel hat mich jetzt ernsthaft vom Wingsuit geholt der scheiß Vogel das ist auf dem Kackbau oh ich hab's hier ist ne Miene ne ist nur ein Stein die sind BAM ja geh mal drauf hey das ist wirklich nur also glaubst mir die hatte man gesehen eindeutig aber hier in diesem Gebüsch glaub ich unmöglich ich hatte die auch wir müssen so schnell wie möglich in den Innenraum hier rein gut wo wo na komm nein nicht runterrutschen oh das sind noch viele Alarme ne das ist nicht alles dann ja wie das sind jetzt insgesamt vier Alarme sind das ja naja kann man die nicht alle ausschalten also du kannst es ist nicht wie in Far Cry 3 dass du nur einen treffen musst dann sind die alle aus ja ja ne ne das ist klar aber ich meine kann man die nicht alle wegschießen ich würde aber erstmal bei den Snipern anfangen also ich würde hier an der Seite vorbeischleichen irgendwie Richtung Sniper an der Seite klappt das nicht wenn der Typ der guck mal du musst zurück du musst jetzt zurück sonst sieht dich der Typ hier der Fette naja stimmt aber ich kann mich nicht mehr bewegen sieht er dich schon ne ne ok ich habe ihn im Visier ich kann ihn ausschalten mit einem Schuss also ich muss es warten ok ich bin jetzt bei den Snipern jetzt muss ich nur noch hier hoch ich höre mich jetzt auf das Scheißdach die gucken beide nicht zu dir der eine läuft gerade in deine Richtung der untere und nimm erstmal den oberen ich sag dem Scheiß wenn der untere wegguckt mhm du siehst den ja auch der hast ja erstmal erklärt ja aber trotzdem wie komme ich auf das Dach rum du musst hier nur einmal rum warte mal einmal rum stopp stopp laufen dort weiter wo du gerade lang warst ja ne ne andere Richtung dort wo du gerade lang gelaufen bist ok gut ja ne ne ich einmal hier ums Haus rum so und jetzt ab stopp 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 da ist ein Typ ja der kommt gerade mir entgegen ok ja ja ich würde ihn nicht ausschalten weil der Sniper da oben die sehen das beide glaube ich warte erstmal kurz ab warte hast du die Treppe gesehen wie ihm hochkommt ja ja hier ja der Typ läuft die selber grad hoch ja ich weiß schon aber wenn ich den ausschalte ist es zu laut und dann sehen die mich hier oben ja ich würde ihn gerne natürlich weg holen und den Sniper aber ist es zu riskant wenn ich mich jetzt da jetzt hoch bewege na ich kann dir Sniper Support im Fall geben aber scheiße ey ich weiß echt nicht grad was ich machen so hast du den tot von unten mittlerweile mal ja ich könnte den noch am geschütz jetzt ausschalten ne alter alter hä was der wollte grad ins geschütz gehen da ist auch direkt drin hat sich das anders überlegt äh nicht bei mir bei mir steht der jetzt am geschützt und dreht sich wie so ein Beklopter hä bei mir läuft der wieder bergrunter was da kommt jetzt noch ein zweiter Typ hoch ja den seh ich auch der ist grad hier der läuft zu dir dahinter siehst du das ja ja ich seh das ich denk der hat sich bei dir geschützt was was scheiße was ok der stand vor dir Mojan achso ja das 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 hab ich schon geahnt dass das jetzt so wird ok durchhalten wir kommen ach da oben ist der direkt vor mir weggestoppen jetzt auf einmal das oh mein Gott Michael was machst du jetzt für ne Action ne Solo mach ich jetzt ja weil die Tür dürfte auch die Tür dürfte eigentlich auch nicht offen sein ja ne das ist auch Quatsch naja das wird eigentlich aber wenigstens ist er bei mir jetzt auch offen also ich brauch zwei Schuss um den Typen auszuschalten zu den fetten alter scheiße alter aber ich wollte ich wollte gar nicht überleben das ist ja auch scheiße wir wollen es ja noch mal schauen ne ja aber ach man das ist kacke wenn ich die Leute nicht sehe die vor mir stehen wir warten wir können das ja jederzeit nochmal zurücksetzen ne ja das ist ja nicht mehr viele Außenposten und Sorry's Mission sind es auch nicht mehr ganz so viele ja ein zweites wir können es ja bei mir dann zocken ne richtig und wenn das dann klappt und ich denke das klappt wirklich das wird an den Ports liegen wenn ich das endlich mal ändern könnte dann klappt das auch dann ich kann auch dann nochmal Unity aufnehmen ja das wäre immer Alter ja ja aber gut dass ich ohne Respawn Zeit auf einmal hier stehe wieder warum das denn weil ich auch drauf gegangen bin ich bin auch im Flug gegen den Baum gegangen ja das sind gerade beide gestorben sind wir einfach so bescheuert oder ah ich sehe da jetzt glaube ich ne Mine was war was 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 hier sind keine Minen doch genau vor dir ist eine oder doch boah die geht ja übelst schnell hoch die geht ja übelst schnell hoch ja aber du hast sie gesehen ne die habe ich gesehen ja da kam sogar noch ein Indikator da war der nächste da kam kein Indikator ich glaube wir sollten uns erstmal wieder ein bisschen verpissen ich würde gerne von der anderen Seite mal versuchen ok komm wir verpissen uns erstmal ich laufe mal ganz weit außen rum ich glaube vor dieser Festung habe ich ja gerade oh Typen gesehen wow ich denke mich mal nicht hier kacken ich würde halt gerne mal auf die andere Seite ok ich hätte jetzt gerade so ein Geräusch gehört als ob so ein Adler geschreddert wurde oh 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 hier kommt so ein Laster an ja schön passieren lassen ja 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 ha ha der fährt auch bei dir he? ja 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 und ich sehe mich beide nicht als wäre ich wünsichtbar so ja wie sieht es bei der anderen Seite aus sind hier Minen? alter ich habe den Kopfschuss alter das sind hier viele Minen alter das sind hier viele Minen ich habe einen Headshot über 150 Meter da passiert gerade mit dem Sniper hat der Typ sich da echt weggeholt? also ne wie jetzt? ich habe den Kurier hier außen ausgeschaltet den meinte ich eigentlich hast du den gesehen? den Kurier ist der an dir vorbeigefahren? ja 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 den habe ich gesehen den habe ich jetzt noch als 150 Meter dann weg war habe ich gedacht Mensch packst du einen Sniper aus und machst einen Headshot hier ist eine Höhle ja anderer Seite ich meine es ist logisch dass es sowas gibt aber es ist ja auch immer lahm durch die Höhle zu gehen ich war noch nie durch die Höhle gegangen bin auch noch nicht durch die Höhle gegangen aber dort sind wir nicht lahm es ist mir scheißegal was du jetzt lahm findest ich geh durch die Höhle und du voll zu mir gefälligst ok ist ok so Bogen ausgepackt ob die jetzt schon wieder gechillt sind ich habe nämlich noch eine Granate reingeworfen hm ich ja die machen gerade wieder Schießübungen die scheinen wieder voll gechillt zu sein so wir machen wieder nur Bogen ne? natürlich oder Sniper halt Sniper ist doch ok wegen Support und so da kannst du halt mit dem Bogen nicht machen ja könnte man schon aber das ist halt unsafe achje war der runter oder eher hoch? ich geh erstmal kurz hoch Gibt's nen Fass? ok ja unten ist Endstation wahrscheinlich hier gibt's noch bissl Waffen und anderen Kram ich muss sagen ich finde das Klettern echt schön irgendwie das ist echt cool ja das finde ich auch läuft flüssig gibt keine Probleme kannst es unnatürlich schwingen egal hä das ist doch gar nicht so unnatürlich wo kommen wir denn jetzt hier aus? ne was eigentlich unnatürlich ist das ist das Problem dass du halt dich im Flug kannst du den Haken wieder einholen und neu ausfahren und der kriegt dann ja oder auch wenn du an der Felswand hängst tust du einfach kurz den Haken zum nächsten Punkt schleudern das war ganz kurz los würde ich auch machen so also das Problem sind echt die Sniper mit denen du es mal anfangen auf jeden Fall bopp 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 ok also wenn sich bei dir oder irgendwelche Leute wild im Kreis drehen sag mal Bescheid ne? ja äh der Dicke kommt ja nicht in deine Richtung ja ich bin noch in Deckung ich kann es nicht machen denn vor mir ist auch ein Digger der mich sieht wenn ich jetzt mich ordentlich wenn ich ordentlich bewege ok aber wie kann man jetzt hoch zu den Sniperns? ja ich kann den noch weg kann den noch weg schaffen das ist jetzt die Frage das ist jetzt die Frage wie kann man zu den Snipern holen? da würde ich sagen von der Außenwand lang zu gehen fand ich irgendwie geiler kommt da jemand kommt da jemand kommt da jemand kommt da jemand ne der ne ne der geht aus ok alles klar erst mal ein Bierchen her erst mal ein Bierchen inzwischen ja gut ein Vettel ist schon mal tot das sind noch ein paar Fette ja ich mach erstmal den hier wow 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 Alter Alter warum werde ich denn schon mal gesehen? achso vor dem Dicken da oh kacke ah bitte seh mich nicht Digger sieh mich nicht ist das Richtige aber ok ja sieh mich nicht hab ich schon gesagt ich lege den mal an sein Bettchen der schläft nämlich gerade oder er ist jetzt neben Bettchen aber er ist halt rausgefallen der wollte nicht drin liegen bleiben soll es das geben ich hab den anderen Dicken einfach mal gemacht ich hab den anderen Dicken einfach mal gemacht ja das hab ich bis hierher gehört boah ich denke ich so ach Mensch der holt sich gerade noch so nach alles klar ja natürlich hat jemand ne Leiche gesehen gerade? kann das sein? äh Partner entdeckt steht hier Moment du bist Partner entdeckt worden ne wer war ich nicht? ich hab den ersten Kopfschuss gegeben du bist entdeckt worden das heißt dummerweise ich schaffe es schon mal nicht auf entdeckt ich wurde nicht entdeckt du wurdest aber entdeckt eiskalt nicht na doch ist halt so unmöglich ich hab dem zu lassen ist ja nicht so schlimm Mensch wenn ich das nicht unentdeckt machen ist auch nicht so wild ich hab eh genug Punkte ich brauch die EP nicht doch du bist dran auf du bist dran angewiesen ok der Typ steht bei mir im geschütz bei dir auch? ja gleich nicht mehr ausgezeichnet ähm wir haben alles ausgeräuchert da vorne sind nur noch die paar Leute das wars soll aber hier in Deckung bleiben die sehen ziemlich schnell was den fetten müssen wir töten mit dem Takedown sonst äh ich hab's mit dem Sniper ausprobiert das wird nix mit einem Shot dann müsste ich doch wieder meinen anderen Sniper mitnehmen WAS?! mach den Alarm aus welchen Alarm? den letzten der da auf der Karte ist musst du mal gucken nach dem da ja wir haben immer ein Alarm übrig übersteht bei mir noch ne ne Alarme deaktiviert ok ja ok ok dann ist immer noch das also wärst du in den Dicken jetzt noch was geschaltet na mit einem Headshot also es war ein ganzes Magazin in seinem Head am Ende aber aber dann war es ein Headshot ja das ist ja das ist ja gut und schön na gut lief ja nicht lief ja nicht ganz so schlecht wir können es ja auch nochmal machen wir können es ja nochmal wir können jetzt den Außenpostenmeister machen ach ja stimmt die Außenpostenmeister also wenn wir die Festung nochmal machen wollten könnten wir in der Zeit machen ich denk sogar das stimmt da könnten wir die anderen sogar ungeschwächt glaub ich dann übernehmen ja das stimmt weil der Meister wird ja sicherlich nicht mit geschwächt gehen ne das glaub ich auch nicht soll ich jetzt noch ein paar Polygon-Menschen töten? nee mach mal nicht mach mal nicht echt nicht das sind aber nur deine ne ist schon alles was meine ist na ist ja eigentlich eigentlich unwichtig ne vor allem ist dir aufgefallen dass die ganzen Frauen hier hässlich sind wenn das sowas wird ist aber Hackfressen aber nicht alle obwohl die sind aus wie ein Kerl namaste die Tipe bewegt sich vor allem auch wie ein Kerl Tipe bewegt sich voll wie ein Kerl Tipe bewegt sich voll wie ein Kerl was ist denn das für ein Kunde mit Stipe oder hat der grad für Mien gesagt oder so FÜR MIEEN die wusste nämlich eigentlich die wusste nämlich eigentlich das ist ein Abdur nicht aus darum hab ich nämlich gekillt das wissen nur alle andere mich und jetzt denken die ich bin hier böse aber ich bin gar nicht böse du tust doch so ich hab das nur gespürt dass der ja du wusstest dass ein Verräter war ja ich wüsste das ich hab das schon gesehen das war doch immer geil ne das war ein Verräter in seinem Bein hat das war immer geil hä bei mir gibt es hier noch so ein seltenes Fashion Ding ja bei mir auch hä aber was sind das für uns hier du hast doch schon alles oder? nee ich hab noch nicht alles achso nicht? nee boah komm mach doch mal dann kann ich ja nicht annehmen musst du ja ja ich weiß aber ich mein mach wir es ja mach wir aber danach ist es wieder die letzte Action so kannst du mal weniger Pfeile verspenden und hier mal die Mission annehmen Dankeschön Herr Klaus so ich muss doch nur 5 mal auf E gedrückt halten machen ach diesmal kommt gar kein Text warte mal ich spring von da oben ja äh hier ist ein Typ wo? ein roter hä wo? ich hab ihn markiert siehst du den? hab ihn gerade abgeknallt ne ich hab nichts gesehen hä? liegen bei dir hier zufällig zwei Leichen übereinander? ne wie viele Leichen liegen bei dir hier? ein Digger hm da ist nur ein roter oben drüber gewesen äh dein Partner wurde entdeckt ja hier ist ein Typ ja hier ist ein Typ gewesen ach die sind ja gerade auf Patrouille gewesen und sind angekommen die Patrouille ist bei dir wieder nicht angekommen wahrscheinlich bei mir kommt vieles nicht an ja es ist es ist nicht optimal na muss man muss man echt zugeben aber ich kann es halt auch nicht ändern solange die sich nicht bei Kabel Deutschland reden ich kriege auch irgendwie noch Post dass das jetzt endlich mal gemacht wird haben sie auch gesagt wird mir per Post zugeschickt ah hier vor allem was ist denn das? die müssen ja nur einen Haken ändern das war's das ist Flammwerfer ach du scheiße wir müssen das warte was töten wir jetzt hier? ne ich bin nicht dein Sniper aufnehmen ich möchte Flammwerfer auf ich habe letztens Flammwerfer gemacht äh in der Arena Flammwerfer Meister ach so alter total gestört er lege Dickhaut Elefanten oh ja ja das ist durchgeknatter Elefant warte der bewegt sich doch da nicht warum müssen wir den töten alter hat es den weggekloppt okay das sah sicherlich bei dir nicht ganz so lustig aus könnte ich jetzt hier diesen diesen einzigartigen ich möchte es nicht ich möchte es nicht probieren moyan ehrlich gesagt ja ne ich möchte es nicht probieren es ist mir jetzt nur eingefallen ob das funktionieren könnte also mir fehlen noch zwei noch zwei Fashion Weeks dann habe ich alles alter mussten wir jetzt ernsthaft einen Elefanten mit Feuer töten Alter das ist übrigens scheiße find ich auch find ich ehrlich das ist auch doof aber alter das ist richtig pervers muss ich mal so sagen das ist echt inkorrekt und so sag ich ne einfach mal einen unschuldigen der jetzt schon gibt weil du Pfeilhambler bist mich auch verbrennst du eigentlich oder was ja natürlich brenn ich ich sterbe oh das ist gut also habe ich jetzt meinen Flammenwerfer verloren hä? ich habe ihn jedenfalls nicht nein doch ich könnte ja keine Flammenwerfer ich könnte gerade die Flammenwerfer nicht richtig wechseln ok Maro ja er schießt einfach er hat gerade einfach geschossen naja würde ich auch sagen ne dass er einfach so los schießt ja Tallo ich hätte es sich mal um deine Wunden kümmern wow Alter es gibt Katze es gibt welche Katze gibt's ja es gibt welche Katze gibt's ja es gibt welche Katze gibt's komm dieses Fell hole ich mir danach war es aber auch wieder ah au 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 fuck au fuck fuck ah au 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 ah scheiße tja ne äh geile Aktion haben wir einen Elefanten mit einem Flammenwerfer gegrillt ja liebe Kiddies macht das nicht nach ne das ist echt unschön schon abgesehen dass es mit einem Flammenwerfer auch glaube ich nicht so richtig möglich ist ich will es nicht ausprobieren also ich würde es nicht testen wollen ob das geht oder nicht auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge in Far Cry tschüss tschüss tschau